Oscar-Preisträger Sean Penn reist derzeit aus der Ukraine aus, nachdem er sich lange in Kiew aufgehalten hat, um einen Dokumentarfilm über die russische Invasion zu drehen. Penn habe an Pressebriefings teilgenommen, Politiker getroffen und mit Journalisten und Militärs gesprochen, so hieß es in einer Facebook-Mitteilung der ukrainischen Präsidentschaftskanzlei. Sean Penn habe dabei den Mut gezeigt, der vielen anderen, insbesondere westlichen Politikern fehlt, so die Ukrainer. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte auf Instagram vor einigen Tagen ein Video geteilt, in dem er sich mit Penn unterhält. Dieser bezeichnete nun in einem Statement den russischen Angriff auf die Ukraine als einen brutalen Fehler. Präsident Zelensky und das ukrainische Volk seien zu historischen Symbolen für Mut und Prinzipien geworden, so Penn weiters. Die Ukraine sei nun die Speerspitze des demokratischen Ideals der Träume und Hoffnungen. Wenn wir es zulassen, dass sie alleine kämpft, ist unsere Seele als Amerika verloren. Penn sei bereits im November für das von Vice Studios produzierte Projekt in der Ukraine gewesen. Damals zeigten in Fotos der ukrainischen Armee bei einem Besuch der Frontlinie in der östlichen Region Donetsk. Und bis zuletzt hatte sich der Superstar in der Ukraine aufgehalten. Ein Journalist aus Australien, der auch gerade aus der Ukraine ausreisen wollte, konnte es kaum glauben, den Schauspieler zu treffen und postete ein Foto mit ihm und Penn aus einem Bunker. Leute, die du unten im Bombenbunker des Hyatt Hotels triffst. Sean Penn. Der letzte Post von Penn findet sich auf seiner Facebook-Seite. Ich und zwei meiner Kollegen haben sich zu Fuß mehrere Meilen zur polnischen Grenze aufgemacht, nachdem wir unser Auto am Straßenrand stehen gelassen haben. Fast alle Autos, die wir gesehen haben, sind voll mit Frauen und Kindern, aber mit kaum Gepäck. Und das Auto, in dem sie sitzen, ist das einzige von Wert, das sie noch besitzen. Der 61-jährige Penn hat zwei Oscars als bester Hauptdarsteller gewonnen. Lieber steht er aber hinter der Kamera. Als Schauspieler erzählst du die Geschichten anderer, als Regisseur erzählst du deine eigenen. Und ich mag nichts lieber, als Geschichten zu erzählen. Mit seinem lebensgefährlichen Trip in die Ukraine hat Penn jedenfalls eine weitere gute Geschichte zu erzählen.